Guten Morgen oder guten Mittag oder auch guten Abend, meine werten Damen und Herren. Wir können jetzt direkt zu einer neuen Folge Doodle God hier mit mir und natürlich mit Dr. Auge, der da unten chillt. Ich hab den da einfach mal unten reingestopft, der guckt heute mit zu, okay? Der ist heute mit dabei, nicht vergessen Leute, shop.arisu.de, dort findet ihr euren Dr. Auge. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es hier um diese Erde. Diese Erde hier hat tatsächlich etwas Besonderes an sich. Und zwar müssen wir diese Erde wieder reparieren, indem wir die Elemente finden. Sprich also, wir haben hier ein wenig Lava, so wie es aussieht. Hier haben wir einen Vortex, der da irgendwie gerade im Pazifik oder sonst irgendwo ein Gewässer gerade aufwühlt. Und Wolken fliegen natürlich auch drumherum. Das, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen die Elemente finden, die dementsprechend diese Erde vollständigen. Und dafür müssen wir Elemente verbinden. Also gehen wir mal hier drauf und haben hier jetzt Feuer. Und auf der anderen Seite haben wir Erde. Und wenn wir jetzt Erde und Feuer miteinander kombinieren, kriegen wir Lava. Aschehaufen haben es gern, wenn man sie für erloschene Vulkane hält. So, damit haben wir jetzt Lava freigeschaltet. Und damit schalten wir jetzt sozusagen die Vulkane frei. Cool, okay. Wir gehen mal weiter und schauen mal, was wir noch für ein Element machen können. Gehen wir mal wieder zur Lava rein. Wir könnten theoretischerweise auch einfach mal Feuer mit Luft kombinieren. Was kriegen wir da raus? Oh, Energie haben wir da bekommen. Information ist Energie. Bei jeder Weitergabe verliert sie etwas davon. Nun ja, okay. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall Energie freigeschaltet. Und es ist eine neue Mission verfügbar. Also schauen wir mal rein, was die neue Mission so mit sich bringt. Also, Saat. Er stelle das Element Saat und erhalte eine Belohnung. Belohnung für Fertigstellung 2. Okay, Saat ist dann dementsprechend dafür da, um wahrscheinlich auch irgendwie was anzubauen. Also, um dann am Ende des Tages vielleicht Brot daraus zu machen. Also schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Wie kriegt man denn Saat mit diesen Elementen hier hin? Okay, wir versuchen mal unser Bestes. Hier haben wir noch eine, wie soll ich sagen, eine gute Ideentabelle. Wie wir da was machen können. Wie wir Dinge kombinieren können. Ähm, einige dieser Elemente könnten miteinander reagieren. Luft und Erde zum Beispiel. Okay, probieren wir das mal aus. Damit haben wir Staub gemacht. Okay, ohne den Staub, worin er aufleuchtet, wäre der Sonnenstrahl nicht sichtbar. Okay, das heißt also, wir haben jetzt Staub freigeschaltet. Und damit können wir wahrscheinlich die ganzen Wüsten mit Staub besetzen. Nicht schlecht. Okay, damit haben wir jetzt den Staub auf der Erde freigeschaltet. Voll abgefahren. Wir gehen mal nochmal hier in den Staub rein. Und gucken mal, mit was kann man denn Staub kombinieren? Staub mit Erde vielleicht? Nee, Luft mit Erde. Jo, das geht. Nein, wir haben schon wieder Staub gemacht. Ich will keinen Staub mehr. Okay, wir kombinieren mal Feuer mit Erde. Da passiert doch bestimmt auch was. Schon wieder klar. Okay, warte mal. Ich mache hier gerade die ganze Zeit dieselben Sachen. Wir nehmen mal Wasser. Okay, Wasser und Wasser. Kriegt er Doppelwasser? Nee, funktioniert nicht. Wir kombinieren jetzt einfach mal Luft und Wasser. Da muss jetzt was passieren. Luft und Wasser. So, Dampf. Okay, super. Die Kunst der Lebensführung besteht darin, mit gerade so viel Dampf zu fahren, wie er gerade da ist. Okay. Ähm. Diese Sprüche könnten auch alle von Globux kommen. Dementsprechend ist das eigentlich ganz witzig. Äh. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier den Dampf hergestellt. Das heißt, da haben wir jetzt Dampf mit am Start. Das heißt, wir machen gerade den gesamten Vulkanbereich fertig. So, wir gucken mal, was wir noch mit Energie machen können. Was passiert, wenn wir Energie mit Dampf kombinieren? Geht das? Oder Energie mit Luft? Oh mein Gott. Wie es funktioniert? Wir haben einen Sturm gemacht. Was? Okay. Mal gucken. Wo kommt der Sturm hin? Yo. Oh mein Gott. Wir haben wirklich einen wahren Sturm gemacht. Und jetzt haben wir hier noch eine weitere Mission freigeschaltet. Und zwar Lehm herstellen. Schauen wir mal rein, was es mit dem Lehm auf sich hat. Erstelle das Element Lehm und erhalte eine Belohnung. Belohnung für Fertigstellung sind zwei solche Münzen. Äh. Ich hab nicht... Ich hab noch nicht ganz richtig herausgefunden, was wir mit den Münzen machen können. Aber probieren wir mal unser Bestes. Also so können wir übrigens auch die Erde hier drehen. Warte mal. Ich glaub, wir können auch ein bisschen so zur Seite gehen. Ah. So. Dann können wir mal die Erde nochmal von weit weg angucken. So sieht es circa aus. Und so können wir sie drehen. Nun gut. Wir schauen mal, was wir noch miteinander kombinieren können. Äh. Ich würde mal Erde ausprobieren. Und Energie. Kann man da was machen? Nein. Okay. Keine Erde und Energie. Versuchen wir mal Feuer und Wasser aus. Hatten wir das schon? Ne. Das hatten wir. Das ist dann Dampf. Was ist ein Feuer und Sturm? Kann man Lava und Sturm kombinieren? Feuer und Sturm. Aber Feuer und Stau. Yes, Sir. Asche. Der Funke glimmt auch unter der toten Asche. Klasse. Die Asche ist ja perfekt dann dementsprechend für die Vulkane. Damit da natürlich dann auch die richtige Aschewolke rauskommt. Abgefahren. Sehr, sehr cool. Da fliegt jetzt auch gerade die Wolke vorbei. Okay. Was könnte man noch kombinieren? Ich bin mir nur nicht sicher, was man mit Energie möglicherweise zusammen herstellen kann. Wie kann man denn Saat herstellen? Eigentlich Erde und dann Wasser. Erde und Wasser. Was kommt denn da raus eigentlich? Sumpf. Na klar. Wenn man einen Sumpf trockenlegen will, darf man damit nicht die Frösche beauftragen. Okay. Nun gut. Das ist jetzt das Sumpfgebiet, was wir damit angelegt haben. Alter. Wir haben das schon voll Vieh jetzt gemacht. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Wie macht man denn jetzt Lehm? Wie soll man das denn machen? Also hier sind auf jeden Fall alle unsere Geschichten gewesen, die wir gemacht haben. Wir haben schon ein bisschen ordentlich was gemacht. Ich versuche jetzt mal noch so viele Sachen wie möglich selber hinzubekommen. Mit was kann ich meinen Sumpf kombinieren? Sumpf und Staub. Ey, wisst ihr, was man aber vielleicht machen kann? Staub und Erde. Nee. Aber Erde und Dampf. Erde und Asche. Eigentlich muss irgendwas mit der Erde passieren, damit wir da was schaffen können. Okay. Wir schauen uns mal einen Tipp an. Ah. Okay. Ähm. Wie kann ich Leben erschaffen? Mit einem Herz und Energie. Energie. Okay. Man kann irgendwie Leben erschaffen. Und das macht man mit Energie. Oh Gott. Wie soll man das denn machen? Äh. Sumpf und Energie. Oh mein Gott. Es war Sumpf und Energie. Na klar. Stimmt. Im Sumpf leben natürlich Tiere. Und diese Tiere haben wir jetzt gerade. Da haben wir gerade Leben einfach mit Energie gemacht. Stimmt. Es kommt nicht darauf an, an dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern dem Jahren mehr Leben zu geben. Genau. Äh. Abgefahren. Wir haben jetzt Leben einfach gemacht. Oh Gott. Was können wir denn jetzt alles damit machen? Wir können jetzt eigentlich Wasser mit Leben kombinieren. Und dann werden Fische rauskommen. Kraut. Wir haben einfach Kraut gemacht. Oh mein Gott. In einem Backofen wächst kein Kraut. Das ist ein Stichwort. Ja. Oh mein Gott. Wir haben jetzt was Neues geschaffen. Das ist jetzt wie so ein Tier. Kraut. Kraut und Erde. Oh mein Gott. Was kann man daraus machen? Ein Pilz. Ein Pilz. Ja, na klar. Oh mein Gott. Können wir diese Pilze platzieren? Nein. Ja. Nice. Nice. Oh mein Gott. Wir müssen Gras herstellen. Wir müssen irgendwie... Erstelle das Element Gras und erhalte eine Belohnung. Okay. Okay. Wir machen jetzt Gras. Wir werden jetzt Gras herstellen. Okay. Ähm. Erde und Wasser. Was kommt da raus? Ne, das war Sumpf. Das hatten wir schon. Wir müssen irgendwas hier mit diesen Pilz... Mit Kraut machen. Kraut und Erde. Kommt da. Kommt. Nein, da ist wieder der Pilz nur. Äh. Wasser und Pilz. Wasser und Kraut? Nein. Was? Sumpf. Oh. Sumpf. Moos. Moos. Oh, ich habe jetzt gerade Moos hergestellt. Ja, klasse. Okay, warte mal. Wo ist das Moos? Da ist jetzt Moos. Moos mit Erde zeigt immer Richtung Zivilisation. Dadurch haben wir jetzt das Gras gemacht. Auf dem Fußpfade wächst kein Gras. Ja. Perfekt. Alter, wir haben einfach Gras hergestellt. Wow, Alter. Oh mein Gott, wir haben einfach die Welt grün gemacht. Nicht schlecht. Dafür gibt es zwei Münzen. Klasse. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal die Erde hier ein wenig besser aufgelockert. Wir versuchen es weiter. Saat müssen wir noch herstellen. Jetzt, wo wir das Gras haben... Oh mein Gott, das ist nochmal eine neue Kategorie, die wir freigeschaltet haben. Jetzt können wir tatsächlich das Gras vielleicht mit Pilzen oder mit Kraut kombinieren. Nein, können wir nicht. Wir können aber bestimmt das Gras mit Erde kombinieren. Nein. Äh, Gras mit Wasser. Gras mit Sumpf. Oh. Schilf. Okay, Schilf sind immer diese Dinger, die an diesem Seerand immer so rauswachsen, die immer so aussehen, als ob das so kuschelige Dinger sind. Ihr kennt die. Ihr kennt diese Dinger. Die sind richtig nice. Schilf. Wo kommen die bei uns hin? Ah, perfekt. Gleich in das Sumpfgebiet. Oh mein Gott, eine Eidechse. Jetzt müssen wir unser erstes Tier machen. Okay. Okay, ähm, erstelle das Element Eidechse und erhalte eine Belohnung. Naja, ob das jetzt wirklich ein Element ist oder ein Tier, da lässt sich darüber streiten. Eigentlich nicht, aber egal. So, äh, wir brauchen auf jeden Fall, um eine Eidechse zu kreieren. Wie können wir denn eine Eidechse kreieren? Also wir brauchen auf jeden Fall Zivilisation, aber auch Leben. Äh, kann man Leben mit Gras machen? Leben mit Schilf? Energie mit Gras? Energie mit Schilf? Nein. Feuer. Feuer. Kann man Feuer und Gras machen? Ja! Tabak. Oh mein Gott, Alter. Wir haben einfach Tabak hergestellt zum Rauchen. Hahaha. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber haben wir jetzt was zum Rauchen hergestellt. Eine Zigarette besteht aus Papier, ein Gramm Tabak und eine, äh, und viele Werbemillionen. Genau. Äh, nicht übel. Nicht übel. Ah, da oben haben wir jetzt einfach Tabak hingestellt. Okay. Jetzt haben wir auch Tabak hier auf der Erde. Tja, haben wir aus Versehen die Zigarette gerade erfunden. So schnell geht's, ne? Äh, haha, okay. Was haben wir noch? Leben. Ähm, jetzt haben wir den Tabak. Oh mein Gott, lass mal den Tabak anzünden mit Feuer. Asche! Jetzt haben wir schon wieder Asche gemacht. Na klar. Weil wenn man eine Zigarette verbrennt, entsteht natürlich Asche daraus. Okay. Es gibt also mehrere Arten und Weisen, etwas zu kreieren. Oh mein Gott, ist das spannend. Okay. Tabak, äh, Tabak und Feuer. Lava. Kann man, kann man denn noch mit Lava etwas machen? Weil wir haben ja eigentlich, eigentlich würde ich gerne mal Sand herstellen. Wie kann ich da, kann ich Moos und Erde kombinieren? Ne, da kriege ich einfach nur Gras raus. Okay. Ich möchte auch etwas Lebendiges kreieren, aber schade, dass Erde kein Leben gibt. Was machen wir, wenn man Leben und Leben macht? Ne, das geht nicht. Äh, Gras schilft, äh, kann der, kann der Schilf leben? Schade, auch nicht. Asche, Leben, oh mein Gott. Eingespenst? Niemals. Wir haben einfach Asche und Leben miteinander kombiniert und haben einfach Gespenst rausbekommen. Und jede Erscheinung beweist ihre Notwendigkeit durch ihr Dasein. What? Das ist eine neue Kategorie, die wir bekommen haben. Gespenst. Gespenst und Energie. Gespenst und Leben. Haben wir schon. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wir haben einfach Gespenst einfach gemacht. Abgefahren. Okay. Das ist hier schon, das ist schon echt krass. Ich würde gerne, eine Sache würde ich jetzt hier gerne noch schaffen, ne? Und zwar eigentlich noch gerne eine Quest. Wir schauen mal nochmal einen Tipp an. Was wäre, wenn ich Stein erschaffe? Na klar. Hey, ich hab ne Idee. Natürlich, man kann ja Lava nehmen. Und wenn man Stein machen möchte, muss man eigentlich die Lava voll leicht eigentlich auf Wasser machen. Dann kriegst du doch schon einen Stein. Oh mein Gott. Crazy. Alles klar. Wir haben natürlich den Stein vergessen. Ich bin so dumm. Ich hab einfach noch nicht den Stein entdeckt. Da ist er. Der Stein. Oh mein Gott. Ein Triant ist eine neue Mission. Er stelle Triant und er halte eine Belohnung. Okay. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Triant hergestellt. Und haben jetzt damit unsere Welt, die wir hier haben, schon ein wenig beflastert. Das Sumpfgebiet ist da. Hier oben haben wir die Steine hin. Da haben wir den guten alten Tabak zum Rauchen. Und natürlich den Sumpf mit den Pilzen und mit diesem Schilf, der da ist. Und die guten alten Magma-Vulkane. Alles klar. Ich würde mal sagen, und natürlich nicht zu vergessen, wir haben auch irgendwo noch einen Sturm gemacht. Ich glaube, das ist sogar das hier, unser Sturm. Äh, ja. Wir sind auf jeden Fall schon mal ganz schön weit gekommen. Falls ihr eine weitere Folge hiervon sehen wollt, dann kippt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr miteinander gerne mischen würdet, um dort ein neues Element zu bekommen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.